ein wunderschönes hallo meine lieben an diesem wunderschönen tag hier mit dieser schönen gold glänzenden uhr wenn ich die fakten gehandt habe die uhr glänzt wirklich ziemlich golden gefällt mir stein können wir hier gucken ob wir hier noch stein haben stein haben wir hier immer zweimal stein mit etwas absteigen machen auch mal ein bisschen mit und hier das müsste lang das müsste lang so wir brauchen verstärker irgendwo stöcke nicht müssen wir mal kurz ein paar bürchen umnieten so bei der so leidung haben wir ein paar stöcke hergestellt man hat sogar genau geklappt so und so und hier haben wir noch 19 über ja schön wir basteln immer ein paar fackeln mal ein bisschen rettung freilegen ich brauche noch ein paar fackeln ja paar fackeln mehr kommen machen wir alle hier so jetzt wollen wir noch ein bisschen rettung ja 42 andersrum dann andersrum so haben wir ein paar verstärker gebastelt ein paar verstärker gebastelt genau und das signal von hier oben schauen wir mal ob das hier noch leuchtet wenn ich das hier hin ne wenn ich das hier hin packe ja das funktioniert so das funktioniert das tun wir jetzt wieder zwei teilen nämlich da muss ich da muss ich bloß mal wieder zum block umwandeln so ach nee ne 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 das ist schon so in Ordnung soll ruhig mal so sein hm hm ich sag mal so so genau das passt das passt perfekt geht das da müssten alle zu sein ja ich kann das mal wieder hier umlegen das ist wieder im normalen zustand ist genau jetzt meine lieben freunde ich erst mal runter gefallen wird ganz kompliziert jetzt muss man zählen 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 müssen wir jetzt und zwar 5 10 15 20 25 brauchen 25 verstärker haben wir 25 verstärker 26 27 27 verstärker warum also den ersten ich mach das mal hier so knepkes wie möglich hier kommt dann noch ein geländer hin deswegen lasse ich das mal so nach unten geht das nicht mehr da unten geht das bloß wenn das so ist auch eine heilige heilige formel nur unten geht es bloß wenn es so rum ist so da tue ich das jetzt aber hier wirklich auch mal richtig ausheben noch mal eine runde hier unten drunter und auch ab und zu mal eine fackel aufstellen weil wenn ihr unten eine creeper kommt das wäre nicht so praktisch soweit will ich da gar nicht hier rein gehen das soll das maximalste sein hier das soll man hier noch ein abschluss finden und so und so zack und zack hier noch eine hin bis hier hin und ab hier kommt ja dann die andere fassade da haben wir auch noch mal einen grunde das ist besser ausschaut ja und das bett zeigt mir wird nämlich gleich schon wieder nacht werden und das signal mal gucken das ist hier da ist das signal das lassen wir auch mal ich gehe jetzt mal hier schlafen noch geht es nicht sind wir alleine ja wir sind alleine geht immer noch nicht geht immer noch nicht geht immer noch nicht jetzt geht es so 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 jetzt sind wir hier jetzt sind wir hier da wollte ich hier hinten schon mal an der position passt doch setzen wir gleich meine fackel rein und hier eine halb stufe passt das ja zack da können wir uns das ja sparen da kommt das signal hier hinten an das ist schon mal gut da können wir die wand auch mal ein vergrößern nach hinten da wäre ich jetzt mal dafür da reiße ich jetzt hier oben irgendwas ab das ist hier da hier nur 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 So, nochmal den Vollblock in die Hand. Und so, können wir hier drüben eigentlich auch gleich mal machen. Hm, ist ja eben. Da lassen wir das mal so. Schaut lustig aus. So, hier können wir jetzt mal, das schaut ja bescheiden aus. Können wir jetzt mal sagen, wir gehen hier. Wir gehen hier nach oben. Und nach unten, da haben wir hier alle Etagen abgedeckt. Und hier können wir auch an die Wand setzen. Das schaut doch schon besser aus. Fackel an die Wand. Und, oder hier und so. Und zwei dazwischen. Genau. Hört gut aus. Und hier kommt das Signal. So, wenn das hier ist, kann es ja schon mal ein Verstärker haben. Da ist auch nichts geschalten. Verstärker, nichts geschalten. So, dann machen wir hier ein dazwischen, das wir mal wissen. Ajo, hier ist er. Hier ist jetzt der Ausguck. Das sind quasi diese zwei Verstärker. Jetzt kommen hier fünf. Einer weniger. Fünf. fünfter. Ich muss das mal gucken. Wie kommt das hier regeln? Fünf. 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 Wir könnten hier auch jetzt eins, zwei, drei, vier, fünf, würde ja passen, wenn wir das so machen. Ja. Ja. So kann man es auch machen, wie ich es jetzt vorhabe, aber das wird dann zu lang, das wird dann zu lang. Wie ich es aber auch machen kann, ist es bei der Hälfte zu sagen. Wisst ihr, wie ich mein? Wisst ihr, wie ich mein? Wir sind jetzt eins, zwei, drei, vier, und die fünf können wir ja wieder umdrehen. Also das Bett kann man eigentlich nicht stehen lassen, und die fünf können wir wieder umdrehen, umdrehen. Und die fünf, wir bauen das andersrum. Wir bauen sie andersrum. Das ist hier anfangen. Okay. 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 Ah nee, wartet mal, das macht überhaupt keinen Sinn, was ich hier eigentlich mache, oder? Ja, das macht keinen Sinn, eigentlich können wir alle wieder abreißen, wir können aber auch, wir experimentieren jetzt mal rum, aber das machen wir in der nächsten Folge, weil ich gerade sehe, dass... 5 auf 1, wir haben ja Notenblöcke, die Schaufel brauchen wir nicht mehr, die können wir mal austauschen. Genau, schlafen wir mal eine Runde, noch können wir nicht schlafen, oder tun wir mal hier... Auf volle Stufe... Können wir jetzt schlafen? Nee, bauen wir uns nämlich mal einen Hebel, guck mal hier einen Hebel... Da können wir mal testen... Das hat nämlich schon mal nicht funktioniert... Na gut, bis zur nächsten Folge, bye bye!